Ich bin unter der Map! Ja! Ich komme aus! Hallo! Ich bin unter der Map! Ich bin unter der Map! Mit der Lore! Ich bin unter die Lore! Ich geh in die Lava! Ja! Ich kann mit der Lore fahren! Okay! Hallo! Wir spielen! Wir spielen Sky Wars! Apfelbrennt! Apfel-Aka-Dämon! Es ist eine lange Zeit! Ja! Und ja! Wir spielen heute Sky Wars und haben Spaß! Hoffentlich! Schaut bei mir vorbei! Da gibt es richtig tolle Runden! Schaut bei Apfel vorbei! Er hat die Runden dabei, die ich vor allem mit aufnehmen wollte, aber es nicht geschafft habe, weil er mit mir wollte! Hast du eine Pearl? Nee, aber ich brauche ganz kurz Holz! Warst du schon oben? Warst du schon oben? Ja! Ja, da sind aber noch Schuhe für mich drin! Ja! Mach mal kurz eine Crafting Bench! Dann mach ich die ja später! Ja! 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 Ich nutze hier noch ganz kurz! Ja, hier gab es nichts Besonderes! Ah, man kann mich leider auch nicht machen! Äh... hier! Ja! Ich hab noch ein Goldhör für dich! Oh, da kommt einer! Lass trick ihn! Nee, lass vorpushen! Nein! Der ist Fuldir! Ich seh keinen! Der hat gerade den Weg gebaut! Ja, der ist dort in der Mitte, aber hier ist ein Low Mine! Komm wieder! Gott, wo bist du? Ähm, ich beschäftige mich hier mit dem Fuldir-Typen, der mir gerade nachläuft! Bist du tot? Ja, mit dem Typen, der wo er vor dir war! Boah! Geseh! Ey, der hat das so schlechten Stuff! Ich... Ich war noch kurz hinten, da hab ich versucht, den anderen Typen runterzuageln! Ja, gut, ich hab... Ich dachte, du hast gesehen, wie du denn laufen würdest. Nein, hab ich... Ach, verdammt! Das ist ein Team! Ja, die Runde nimm ich nicht. Scheiß Runde! Scheiß Gomme! Scheiß Team! Scheiß Gomme! Ich lass das drin, siehst mir gerne! Wenn ich schon wieder einen mit dem Drecks-Badline-Haken sehe, dann rass ich schon wieder aus! Brauchst du, hast du gerade die Piste abgebaut? Ja, ich bereue mir die Piste auf! Nein! Äh, ich hab viel Diers! Also, ich könnte die auch schon machen! Äh, ich hab auch viel Diers! Äh, ich werde dir mal... Ah, du hast bessere Rüstung! Ja, dann mach ich die Dierschwerter! Und ich hab kein Holz! Äh, und hier gibt's glaub ich auch keine... Äh, doch! Also, mach du die Dierschuhe oder was du brauchst? Äh... Ja, wenn du... Brauchst du überhaupt Schuhe? Ich hab halt nur Gold-Sachen und ne Eisenhose! Ähm... Ja, ich mach eine Diod-Rust! Nein, 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 nein! Ja, warte, mach dir eine Diod-Rust! Und so hast du Diers abgebaut unten! Ja, ich hab noch zwei! Ich mach dir kurz, ich mach dir den Schwed mit! Jo! Guckt's! Ich hätte ne Pearl! Warte, komm mal her! Hier? Ah, Level! Falls wir in die Mitte kommen sollten! Okay, ich save dich! Weil wir wie die... Wie die Tryharden, Alter! Wie die einfach sofort reingehen! Ja, wir sind krass und wir warten! Oh Gott, mein Auge zuckt! Da vorne hat einer mit Full-Tier! Ja, lass den... Nein, nein, der Cheat! Der hat... äh, der hat Badland-Client, der hat kurzer Range! Zusammen schaffen wir den! Ja! Hier ist ein Unsichtbar! Hier war ein Unsichtbarer! Ich hab den geklatscht! Mit verzauberten Dingen, Alter! Äh, ich hab hier den Deer-Jazz... Äh, ich hab hier den Enchant of the Deer-Jazz für dich! Hab ich auch! Ähm... Du hast eine Deer-Schwe? Hab ich schon! Ich bin komplett Deer-Verzaubert! Äh, dann gib mir mal das, was du... Äh, okay! Warte, es liegt noch hier drin! Äh, was brauchst du noch? Äh, ich bin Half-Deer! Also... Ja... Wir fehlen Zweifel! Warte, ich mach schnell mal Müll weg! Danke, dass ihr mich reinbekommt! Als ob wir die geklatscht haben! Also, ich save dich mal! Ich save dich! Ich weiß eh nicht! Zwei leben noch! Das sind ein Team! Okay, warte! Ich weiß nicht, ob das auf uns beide wirkt! Ja, natürlich wirkt das auf uns beide! Und... ...ich hätte dann noch, wenn's ist, ein... ...werfbarentrank der Heilung! Hab ich auch noch drei Stück! Ah, okay! Warte, haben wir Speed 1 oder Speed 2? Speed 1! Sollen wir rüber gehen? Ich meine, wir sind... Ja, warte! Pass auf, dass die uns nicht runter schießen! Ja, das ist die Sache! Ich hab keinen Plan, wo die sind! Okay, die sind genau auf der... Ach! Ich verzauber mal auf Schärfe eins! Mach ich auch! Oh, Scheiße! Ähm, ja! Du darfst jetzt dreimal raten, wo die sind! Wo? Ich hab noch einen Lava-Alma! Ich hab auch einen Lava-Alma! Ich nehm mir hier aber noch einen Bastel mit! Ja, ich auch! Jetzt... ...darfst du dreimal raten? Oh, warte mal! Oh! Ich brauch... Ich hab das immer mit Schwerter raten können! Oh! Oh, Scheiße! Ja, komm! Warte, ich... Ich habe ja einen Kompass! Ja! Diesen... Diesen fetten Ding da oben! Echt jetzt? Ja! Hast du... Haben wir eine Spitzwacke? Pass auf! Ja, die sind aber auch richtig schlecht, Alter! Ja, ich... Die sind mal an! Die hat sich da hochgebaut! Soll die... Das macht die... Macht oft nur schlechte Spieler! Die Frage ist, werden die uns runterschubsen? Die Frage ist, soll ich nicht hochbanken? Naja, wir gehen jetzt nämlich... Wir gehen jetzt nämlich auf die andere Insel hier rüber! Auf den Baum hoch! Ja! Wollen wir zusammen rüber, weil dann können sie uns nicht runterschubsen! Ja, ich... Ich könnte mich ja... Ich könnte mich abhören! Ja, warte! Warte mal! Das ist der erste Skywars Sieg dann seit... ...zwei, drei Jahren! Also... Ich hab Skywars seit zwei, drei Jahren nicht mehr gespielt, Leute! Okay, sie sind auf den anderen Baum drüben! Ähm... Willst du mir den Helm geben? Ich muss dich hochbauen! Willst du mir den Helm geben? Dass wir dann... ...ungefähr gleich viele Rüstungspunkte haben? Ich würde den eigentlich mit Eiern runterwerfen, aber das hat nicht funktioniert! Äh... Hast du den Eisernen Helm nicht aufgesammelt? Okay, da! Ähm... Mir fehlt ein halber und dir? Ja! Perfekt! Pass auf, dass sie nicht rushen! Ja! Wenn sie rushen... Die Chinder noch bei ihrem... Die Chinder noch bei ihrem Ding drin! Ja, der eine baut sich hoch! Hast du noch Eier? Ja! Der hat sich gepurlt! Wo ist der andere hin? Weiß ich's nicht! Was ist der andere? Habt nein! Nein! Der andere ist! Was ist der andere? Ich hab mich ausgetrickst! Ich sterbe! Ja! Ja! Das war einfach so dumm gerade! Weil er sich von unten herangeschlichen! Aber ich dachte, er ist nach unten! Oh! Und wieder mal, müsste ich den Tag retten! Ja! Dann war's das für die Folge! Ich lass jetzt bloß eine Runde drin! Und ein bisschen was von der anderen! Ähm... Schau bei... Demons auch hier vorbei! Sind alle in der Beschreibung verlinkt! Und... Und... Ciao! Tschüss!